In this broken world, it's getting hard to breathe, time to take control, welcome to the Warzone, wait, I'm not afraid to play, awake the strength in time. Yo und herzlich willkommen zum dritten Part von Sonic Forces, ich nehme alles noch am selben Tag auf. Ich muss echt sagen, das Spiel macht mir echt Spaß. Wir haben im letzten Part den Classic Sonic kennengelernt, wie er hingab, ich habe keine Ahnung. WTF, ich habe fast die roten Ringe hier sogar erwischt. LOL, ich hätte es aber so gar nicht gehabt, wenn ich mich nicht verkackt hätte. Naja, was soll's. Jetzt spielen wir mit unserem Charakter wieder. Okay, ich bin gespannt. Wir gehen zur Sonics Rettung, also der modernen Sonics. Death Egg Prison Hall. Ich weiß gar nicht, dass die äh, welche Level so englischen Namen haben. Unsere anderen Truppen sind mit Feinden beschäftigt. Schalt, du hast die beste Route gewählt. Jetzt liegt es an dir Sonic zu retten. Finde ihn. Also dieses Grind, das macht er irgendwie eigentlich von allein, merke ich grad. Ja, 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 das macht er echt von allein. wo dringend hat das war der erste die musik für egal ich finde die musik echt voll cool man hier hat was verdammt das hat nicht mehr geklappt wäre so cool gewesen es war schon der dritte war verpasst warum schon ein verpasst was mir meine sagen ich finde die man so gesagt haben welche mess part schon erwähnt aber haben sie vergessen die stimme von dr mann hat die deutsche stimme das ist das letzte spiel und das er seine stimme dass er das deutsche zykonsprecher von der mann seine stimme leid nicht weil er keinen bock mehr hat sondern aus einem grund weil der deutsche zykonsprechung wo dr eckmann ist leider von uns gegangen echt leider schade ich mache ich habe seine stimmung die ich gemacht das war blöd ich würde springen das war schon okay habe ich immer und ich habe immer wieder dringend wir glaubten dass ich gerade ich hatte von cool frank arnor ja ich bin damit zufrieden drei medaillet schieße ich habe die hand schutz nicht mehr sogar das beste feature mit einem spiel mal wenn man sich kleiden kann ein boss kampf gegen zavok also für die zauber nicht kennen kam aus sonic und karlas auf sonic lost world da kann man das erst mal vor seitdem kommt jedes mal vor wo ich mich verarschen niemals alter niemals die mich beflechter und die sich mal die sehen cool aus die passenden wie sogar ich bleib bei den kleidung kompletten grün wenn ich jetzt in grünen ländern oder was ich bin ganz ehrlich farbe genau augenfarbe die farbe auch nicht so ich bleib so wie ich bin nur eine neue handschauer gezogen habe und gefällt mir so diese schütze an den armen und beinen das ist die lüge das wollte ich jetzt nicht auch nicht cool die mission nein ach hier das ist das erste boss kam schon okay level 5 der weg will zavok ok packen wir es an das ist das ende sony hey alles locker weil hier gerade alle schrauben locker werden nein vergisst es kein sinn für homo wow das ende was bin gespannt wie du jetzt mit mir klarkommst dummer edel auch ohne ketten bist du noch lange nicht frei jetzt stelle dich dem unausweichlichen das einzig unausweichliche ist dass ich dir den hinter drin für euch nicht dick sonic ho what the fuck also ich weiß nicht wie sony ley lord world drauf ist weil ich es schon lange noch nie gespielt habe ich bin gespannt wie lange du es aufmerksam bekomme ich bin gespannt oder so kommen wir jetzt mal ein paar ringe ein gehen wir aus dem weg das war ein griff ins klo und du bist in worte verstanden wir haben mich runterfallen lassen ich glaube ich glaube ich habe meine schacht verpasst ich habe ein schand zufrieden wort ok die kommt mit einem ring zurück das ist ja ich will aber gern wissen wie ich den schaden zu fügen gar hilfe gehen wir weg mit einem laser jetzt erlebte anzeige ist wieder da warte der ausweichende geht drauf also wollte mich doch verarschen ja ich verstehe buchkampf nicht kann ich nicht alles klar ich habe jetzt schon kritik irgendwie bei dem spiel und zwar diese anzeige wo die ringe stehen diese schwarzen beiden darüber sind das ist irgendwie nicht schön aus wenn ich ehrlich bin hätten wir ruhig den schwarzen beiden weglassen können die branche mit solchen schaden zu fügen verstehe das nicht ich habe einen ins anzeige also also wie viel leben ich habe habe aber wie viel üblich habe und so ich glaube nicht oder das war ich sie irgendwie hat das spielbar kann es sein oder ich bin zu blüten boss kampf zu bestreiten und ich kann die kamera ich schwenke das ist so eklavt muss ich einfach nur schnell reagieren oder was muss ich einfach nur schnell reagieren verstehe das nicht ich schenke das level nicht so ein boss kampf ich habe keiner wieder oben habe ich nicht aufgepasst tja ich verstehe den boss kampf nicht soll ich in dem moment nicht sofort springen schaden zu zu fügen ich verstehe es nicht aber die wüge ist cool die regeln in die musik von sonyx mal genial auch wenn die spiele scheiße sind das war knapp es sollte nicht zu schwer aber das ist ja der erste boss kampf ist so jetzt kommt er noch mal gut ich muss ein taktik finden irgendwie ich mache ein muster von ihm jetzt auf einmal kann ich wieder schaden zu fügen so wird es nur umso befreundlicher okay mir fällt gerade was auf dem boden aussieht wie du wästen lässt mir sogar nicht den schaden zu fügen ist aber auch nicht was ist denn los mit dir was ist denn los mit dir ah das ist ja doch einer hä oder darf ich da gar nicht erst springen ich glaube ich darf gar nicht springen kann es sein probiere mal einfach nicht zu springen oh das war blöd ich probiere einfach mal gar nicht zu springen ja ich darf einfach gar nicht springen ich muss einfach nur aufwarten bis selber hoch geht und ich analysieren kann ok ich hab's kapiert was funktioniert dann der boss kampf ja neue spiele und man weiß nicht wie man die boss kämpfe bestreiten kann das ist so ein phänomen von mir einfach kann es sein ich brauche ringe aber da hat nicht mehr viel leben und das ist geil ich konnte ich nur wieder gegen so jemanden verlieben das hat spaß gemacht dring nächstes mal chili dogs mit oh chili dogs mit oh chili dogs nice ok das hände sehr cool aus ich hab noch ruhig schafft erhalten textwache ärger ja 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 wegen des finistern 6 mal weiter so das weiß ich doch kein problem keine sorge manch mein gott was los mit mir ok so wie es scheint eigentlich absehbar das ist ein bisschen bankräuber oder was wasser schuhe die haben style oh ja baby ich hoffe ich werde später machen dieses geräusch schon wieder wow keine zeit zu nachdenken jetzt ist zeit zu rennen haben wir gleich wieder moderne sonic level yep der weg endgate ich will wieder mal ein avatar mal anschauen ich habe neues respawn das würde ich mal gleich ausprobieren und das ist das ist cool aus ein witz von konselten allein habe ich auch eine trophy erhalten ok lol und kleine kopfbedeckung ach nee das schon war jetzt eine kack bandana ne das ist immer die ohre nicht das ist eklig die schutz ich mir aber die irgendwie so passen wenn ich die cool aussehen kleidung das hat das hat style das war ich sieht aus wie so ein tattoo weil ich bin halt cooler schwarz und nämlich das anziehe sieht aus mit tattoo das war halt ich hat style täglich die mission geschafft schuhe anpassen bonus wirkliche mission art wert die sieht da cool aus muss ich zugeben oder drückt noch gottes göttlich jetzt was die anschauen von der farbe nicht mehr so genau aber hey was sollt da nächsten part an oder wir haben noch zeit aber ich glaube es wollen wir machen auf den nächsten part level 6 der weg endgate bis dahin leute nicht mehr nicht mehr wir haben wir in w w